Das ist das Zeichen, auf das wir so lange gewartet haben. Da müssen wir hin. Genau. Das Kind braucht die 3G. Glück, Gesundheit, Gottes Segen, Gender, Gaga. Quatsch. Das Kind braucht die heiligen 3G. Ein Kind wird uns geboren, zum Heiland aus der Korren. Wir finden's wunderbar und bringen Geschenke da. Und bringen Geschenke da. Aber das Kind ist doch noch nicht mal geboren. Pssst. Mikrochips, die Babygates, uns fallen injiziert. Da kann er die Bevölkerung noch besser kontrollieren. Alles, was der Heiland braucht, ist wieder wie ein Zehn. Dieses Kind bleibt frei von 2 und 3 und ab 5G. Ein Kind wird uns geboren, zum Heiland aus der Korren. Und dieses Kindelein soll unser König sein. Soll unser König sein. Aber es wird ein Mädchen. Pssst. Es soll Xavier heißen. Oder Attila. Heilung überlässt man am besten der Natur. Krankheit macht uns stärker. Da sterben schwache nur. Lieber im Hasernparty. Statt dieser Impf-Genie. Und als Geschenk dazu noch. Ein Partner, Moni. Ein Kind wird uns geboren. Zum Heiland aus der Korren. Vom Himmel abgesandt. In einem fernen Land. In einem fernen Land. Aber so war es Dinnemark jetzt auch nicht entfernt. Warum hast du so eine Maske auf? Die Geburt des Heilands ist unglaublich aber wahr. Denn bei all den Chemtrails sind wir bald unfruchtbar. Ich schenke diese Maske, die nicht vor Corona schützt. Doch ich glaube fest, dass sie gegen Chemtrails nützt. Ein Kind wird uns geboren. Zum Heiland aus der Korren. Der unsere Welt bewahrt. Von einer Jungfrau zahlt. Von einer Jungfrau zahlt. Niemand hat was von Jungfrau gesagt. Nicht mal Stärkenzeichen. Pssst. Pssst. Ich habe auch noch Pferdeentwohrungsmittel dabei. Ich bin schon lange durchgeimpft. Bleibt weg mit eurem Schmarm. Corona, Grippe, Keuchhusten. Kommt alles in den Arm. Die Fruchtbarkeitsbehandlung. Die war vom Staat geschenkt. Eure Gaben brauche ich nicht. Egal wie quer ihr denkt. Was ist mit Knusperflocken? Ach. Und Spreewaldgurken. Spreewaldgurken. Und Bohnsenf. Oh. Okay. Aber nur wenn ihr euch impfen oder testen lasst. Ein Kind wird uns geboren. Dazu gibt's Senf und Bohnen. Und hast du die noch nicht? Dann hol dir deinen Stisch. Dann hol dir deinen Stisch. Und... Fröhliche Weihnachten. Und lasst euch impfen. Ich muss immer Prost sagen zum Schluss. Ja. Fröhliche Weihnachten. Ich kann dir hier was auch vorlegen. Dann sieht man's nicht so. Ja, das sieht man überhaupt nicht. Ich kann den Scheiß-Tex nicht eher. Ich brauche nicht. Ich kann den Scheiß-Tex nicht mehr. Diese Kind bleibt frei von 3 und 3 und 8, 5 G. Da fahrst du. dass unsere Möchel war von einer Jungfrau zart, von einer Jungfrau zart. Ja, weil du denkst, jetzt habe ich das weg. Wir machen das gleich nochmal. Warum hast du du eine Maske auf? Was will das denn, du? Das machen wir gerne, aber ich merke nicht reinvoll. Von dem Himmel ab, bis erst kommt der Himmel und dann das ferne Land. Ich verliere die ganze Zeit die scheiß Glopoli, wenn ich tanze. Das ist mal weird, das ist was da. Na. Also Grundnahrungsmittel. Und dieses Kinderlein soll unser König sein. Das ist es, die heiligen drei Königste. Meine Regieanweisung war jetzt auch für Freifilich oder was? Die drei heiligen drei Königste, da setzt sich jetzt dein Hut auf. Drei, zwei, eins. Hi, Elo, weißt du mal aufhören, das nehmen wir immer so laut zu machen? Ich höre das Öl. Ich habe doch einen Buchstuhl. Ampa ist. Ei. Lass mich älpfen. Cut, nehmen wir so. Steh, das kann ich an. verkommen, wasBaby. Es wäre so wie viel Fun voi. Ich gehe mit dieser eligible Wahülpfen. パ'd cultivos.